Mitten im Herzen von Berlin finden Sie das Hauptbüro von Universalgerüstbau GmbH. Hier empfängt Sie der Chef Mike Goede persönlich. Universalgerüstbau hat sich in der letzten Dekade branchenweit seinen guten Namen erarbeitet, da wir nicht nur Manpower liefern, sondern für die Konzeption von Prestigeobjekten mit besonderen Anforderungen bekannt sind. In unserem Planungsbüro werden Gerüstkonzepte millimetergenau detailgeplant – individuell. Wir verstehen uns als Ideengeber mit Visionen, denn wir arbeiten mit renommierten Partnern zusammen, die genau das von uns erwarten. Selbstverständlich wird dies von unserem kompetenten Team festangestellter Mitarbeiter umgesetzt, die seit Jahren gewohnt sind, Hand in Hand zu arbeiten. Teamgeist wird bei uns großgeschrieben. Hier ein Blick in unser Portfolio mit einigen Beispielen von Lieblingsobjekten mit besonderen Herausforderungen. Die Strelasundbrücke – ein Sanierungsobjekt der Deutschen Bahn, bei dem wir ein Hängegerüst und ein Wetterschutzdach montierten, das später staubdicht verkleidet wurde. Die Herausforderung war die Größenordnung des Objekts und den Auftrag punktgenau abzuliefern. Für unser Zeitmanagement schätzen uns unsere Auftraggeber. Der Sprungturm im Velodrom – ein Auftrag der Berliner Bäderbetriebe mit ausgefeiltem Gerüstkonzept. Komplex in der Konstruktion – trotz laufenden Betriebes setzten wir das Projekt von A bis Z ohne Verzögerungen und Pausen um. Das Sony Center Berlin – eines der vielen Großobjekte, die wir betreuten. Zwischen zwei Glasfronten in höchster Sicherheitsstufe entwickelten wir ein Gerüst, um auch diese sensible Anforderung zu meistern. Aber auch kleinere Objekte bekommen unseren vollen Fokus. Ob der Leuchtturm des Maritimhotels in Rheinsberg, das Jagdschloss in Groß-Schönebeck oder die Hubschrauberstaffel in Ahrensfelde. Uns macht unsere Arbeit Spaß. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Kommen Sie bei uns vorbei. 3 1 2 1 1 2 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020